Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Anlöse für Freitag, den 30.08.2024 und herzlichen Glückwunsch an unseren DAX. Unser DAX hat ein neues Allzeithoch markiert, einen Kursstand, den es noch nie in der Geschichte zuvor gegeben hat und insofern darf man schon mal anstoßen und einmal Prost machen und sich kräftig was hinter die Kante kippen, denn es ist ein besonderes Ereignis. Das hat es noch nie gegeben, ihr wart mit dabei, als der DAX dieses Niveau erreicht hat und gehalten hat er es nicht bekommen und da kommen wir auch gleich zu den ersten Kritikpunkten, die wir am heutigen Tag haben, denn, oder fangen wir anders, denn wir sagen gleich, was hat nicht gepasst. Wir haben Tagestief und das Vortagesthoch zurückgezogen, nicht gut und er hat das allererste Mal seit gefühlt zwei oder drei Wochen einen Tief nach hinten umgeklappt und auch einen Supportbereich unterbutten und das sogar dynamisch und kräftig. Im letzten Update bei, oder im vorletzten Update, ja viel mehr, hat man bei uns nämlich geschrieben, dass er unter der 900 sich ein bisschen nach unten eintriggern kann, Richtung 850 und tiefer und die 900 hat er dann wirklich nach unten abgespielt. Also wir hatten gesagt, wenn er auf 920 sich auftritt, dann ist ein weiteres Hoch möglich oder er triggert eben die 900 nach unten durch und geht bis 850 und tiefer und das hat er getan. Das ist das allererste Mal überhaupt in den, keine Ahnung, letzten zwei, drei Wochen, dass er mal nach unten eine Marke bedient hat und die sollte jetzt ein bisschen, das sollte ein bisschen Vorsicht aufzeigen und auch ein bisschen vorsichtig stimmen für den Freitag. Insbesondere auch, weil jetzt der 1.9. ansteht, das ist zwar kein Handelstag, ich glaube der 2.9. ist der 1. Handelstag, aber wir erinnern uns an den August-Auftakt, in dem es auch vorher eine Art Doji-Kerze gab und dann kam der Monatsauftakt und es hat richtig, richtig gerumpelt und gescheppert. Ja, zum Beginn des statistisch schlechtesten Quartals haben dann viele hier mit Yen, Carry Trade und so weiter und so fort, aber ich wäre einfach zum 1.9. jetzt hier auch ein bisschen vorsichtig und eben im Freitag zuvor auch, insbesondere dadurch, dass er nach hinten umgeklappt hat. So an sich hat er alles gemacht, was wir haben wollten. Wenn wir durchsprechen, auch oben, wie ideal, also wie geil hat er es gemacht. Ja, wir haben extra noch gesagt, er kann grundsätzlich auch bis 19.45. Ich habe auch gesagt, ich würde eher denken, dass er so 950, 980 schon schafft. Ja, und wo ist er im Hoch gewesen? Genau in die Zone reingestellt und das ist eben typisch als Vorbereitung für einen Durchschuss. Das macht der DAX eigentlich immer so. An den Psychomarken so knapp vorher einfach sich reinstellen, nochmal deutlich nach unten antäuschen, die Leute richtig Short reinlocken. Ich habe euch das gestern erzählt, dass insbesondere an der Psychomarke eben dann viele Short reinspringen oder auch nochmal Short nachkaufen. Hier ist jetzt eben auch so wieder so eine Stelle, wo viele jetzt auf dieses Doppeltop hoffen, sag ich mal. Und deswegen vielleicht auch nochmal nachkaufen oder hier nach unten ein bisschen das Engagement verstärken. Und das könnte er natürlich nutzen, um sich am Freitag jetzt komplett gnadenlos bis zum Tagesschluss auf Tageshoch oben nochmal eine vom Ast zu zappeln und dann vielleicht wirklich Anfang September den 1. September nach unten wegzuschroten. Oder den 2. September ist es ja dann der erste Handelstag im September. Also ich habe ein bisschen Respekt vor dem Freitag. Wenn der über 850 bleibt und nach oben drückt, kann ich mir vorstellen, dass es eben in der Situation Doppeltop, dieses nach unten drehen, dieses Anzwirbeln, durchaus ein druckvoller Tag werden kann, der locker auch einen 19-200 dann schon erreichen kann. Also wenn der hier durchschiebt, das ist machbar. So eins, ja, fassen, 19-1-20, 1950 wird natürlich die erste Station, dann 19-1-20 und dann kommen hier schon langsam in den 19-200, 19-250. Wäre ich vorsichtig, wenn er über 850 übertrampelt. Aber wir haben vorhin gesagt, es gab jetzt hier die ersten zwei Momente und ich will mich gar nicht lustig machen über diejenigen, die jetzt hier einen Doppeltop traden. Versucht das bitte nicht falsch zu verstehen. Ich versuche bloß herzuleiten, wie reagiert denn der Markt auf ein solches Verhalten? Es ist nicht verkehrt, hier einen Doppeltop reinzulesen. Er versteht mich da wirklich nicht falsch. Ich sage bloß, dass bestimmt viele eben auf dieses Doppeltop hoffen und es deswegen passen würde, wenn er es einfach nicht macht und komplett durchrotet. Er kann aber einen Doppeltop machen. Und wir haben gestern auch darüber gesprochen, was müsste er dafür machen? Er müsste eine rote Tageskerze bringen. Jetzt hat er keine rote Tageskerze gebracht, aber trotzdem so eine, naja, ein bisschen eine verunsicherte Kerze. Das ist einfach so. Die wurde ordentlich zurückgetragen. Ist ja letztendlich wie ein Hammer. Auf der anderen Seite bloß verkehrt rum, ein Wörtethammer. Und ich würde deswegen insbesondere unter dem Tagestief vom Donnerstag einfach mich gedanklich erstmal wieder ein bisschen auf Gegenbewegung einstellen. Ich habe das auch im letzten Update jetzt schon geschrieben. Wenn wir unter 8,50 den Tagesschluss bekommen, haben wir geschrieben, sollte man am Folgetag 7,75 ein bisschen genauer hingucken. Das sage ich euch jetzt hier eben auch nochmal mit. Unter 7,75 kann, der muss das nicht machen, aber kann er hier eine Umkehr eintriggern und tiefere Ziele aufmachen? Da reden wir hier als erstes mal über einen Gap. Da haben wir, was ist das hier für einen Tagesschluss? 6,80 haben wir noch ein offenes Gap, was er closen kann. Wir haben hier, ne, das hier unten ist zu. Ah, 6,80, 6,70, 700. Erinnert sich vielleicht auch der eine oder andere aus der gestrigen Analyse, hatte ich auch gesagt, wäre ein schöner Punkt, um hochzudrehen. Den konnten wahrscheinlich nur die genießen, die die ganze Nacht waren. Der war nämlich außerbörslich. War in der Nacht genau auf der 7,76 hat sich dort hochgedreht. Grüne Stundenkerze und bis ganz nach oben durchgearbeitet in die 9,50. Aber es wird trotzdem nochmal ein Support, ja, erneut. Also geht der unter 7,75 kann das gut und gerne eine 7,76 einleiten. Und wenn der dort schon mal ist und kriegt sich da nicht aufgedreht, gehen wir wieder auf eine 5,50. 5,75. Und wenn er auch dort nicht auftritt, macht das Gap bei 4,50 zu. Und dann merkt ihr schon, dann wenn, 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 klackert es sich nach unten natürlich immer mehr durch. Das heißt, das Ganze, die ganze Show beginnt hier oben. Ja, mit dem Unterbieten von 7,50 macht er sich einfach Chance nach oben auf. Und deswegen würde ich zum Freitag dort genau hingucken. Wenn wir dann sehen, der Unterbietet noch kurz 7,75 und ballert direkt nach oben los wie ein Beklopter, dann war es eine Bullenfalle, äh, eine Bärenfalle. Und er drückt sich hier oben raus. Und überhaupt, grundsätzlich über 8,50 für mich, ist die Kiste dann long und aufwärts gerichtet. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass er sogar Tempo aufnimmt zum Freitag. Dass er sich wirklich druckvoll richtig, so eine richtige Kotzkerze macht, wo der Letzte, ähm, die Nerven verliert, sein Short schließt, long reinkauft. Am besten noch 21,30 Uhr in der allerletzten Not, in der, auf die allerletzte Rille und dann kommt der Mond auf die Gegenbewegung. Das wäre Klassiker einfach. Es wäre für den Dax zu typisch, als dass ich es ignorieren würde und deswegen mich oberhalb von 8,50 aufwärtsorientieren. Aber ich nehme auch die Warnsignale wahr. Ich nehme auch wahr, dass die Möglichkeit eines Top-It-Tops durchaus besteht. Auch mit diesem Überschuss, das ist vollkommen okay, ja. Müssten wir bloß auf eine andere Ebene gehen, jetzt Wochenstatt und so weiter. Dann ist das scheiß direkt Fliegenschutz gewesen. Das kann so mit dem Überschießen ja ohne Frage auch noch ein Doppeltop werden. Da muss, das muss nicht auf einem Niveau sein. Viele denken immer, der muss dann genau 8,50 oder 8,90 oder 8,90 haben. Nein, 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 das kann auch so ein Doppeltop werden. Die Kerze hat das hier oben angerissen, hat sich zurückgezogen. Wenn er jetzt nach unten wegstrahlt, würde man als Doppeltop dieses Top hier erstmal bewerten. Und das kann sogar bis 18.000 runterdrücken. Der muss, wie gesagt, halt klacker, 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 eine Bastion nach der anderen umklachen. Schafft er das nicht, dreht sich auf den Supports dann wieder hoch. Müsste man dann halt Stop-Loss nachziehen und sich dann auch wieder rausnehmen lassen. Ja, also, wenn er dann runter geht und er dreht sich aber auf dem Support wieder um und ballert nach oben durch, gehört dann der Short wieder raus. Und das wird wieder nach oben fokussiert. Aber Stand jetzt haben wir das ja noch nicht. Stand jetzt geht es erstmal darum, kriegen wir den Freitag über eine 8,50 oder unter eine 7,75. Ja, und das gucke ich mir ganz, ganz, ganz genau an. Was macht so eine 7,75? Weil ich mich dann eher tatsächlich auf der Unterseite orientieren würde, Richtung 6,70, 700 und dann auch tiefer. Ja, wenn er das nur also anreißt und dreht sich direkt um, ja, Bärenfalle möglich. Aber ich nehme das so, wie es kommt. Unter 7,75 ist für mich eher der Unterseite interessant. U-Ball von 8,50 ignoriere ich es komplett. Und er kriegt sein Fenster, um nach oben die Leute in die Kotzgrenze richtig reinzuschrücken. Und er kann sowas. Haben wir so oft schon gesehen im Dachs, er kann so einen Kotz-Tag reinstellen. Ja, und er wird hier perfekt reinpassen. Die Bewegung ist viel zu dynamisch, viel zu wenige Rücksetzer. Hier sind die Leute auf der letzten Rille und jetzt muss er sie nur noch dazu bringen, die Nerven zu verlieren. Das haben sie hier noch nicht. Das ist hier noch nicht passiert. Ja, die Leute werden aufmerksam, sie werden ängstlich, aber sie haben ja noch nicht die Nerven verloren. Ja, und das fehlt. Das fehlt. Das fehlt mir. Ja, deswegen. Ich gucke U-Ball von 8,50, ob so ein Kotz-Freitag kommt, aber respektiere charttechnische Möglichkeiten unter 7,75. Die Warnsignale nehme ich auch wahr. Und hier mische ich dann darunter. Soweit klar. Ich denke, ich habe das jetzt oft genug erklärt. Ausführlich. Mir viel Mühe gegeben, klar abzugrenzen. Nicht, dass einer sagt, ja, das ist hoch oder runter, sondern wirklich die beiden Bereiche, die da elementar wichtig sind, eben zu benennen. Ziele kennt ihr auch. Haben wir auch oben jetzt gesagt. 9,45, 9,1,20, 9,200, alles machbar. Unten haben wir auch. Kann ich zumachen und ins Wochenende gehen. Freunde, ich wünsche euch was. Macht was draus. Gutes Gelegen. Wir hören uns morgen. Ne, Sonntag. Wir hören uns Sonntag wieder für die Analyse zum Montag und auch Webinars am Sonntag. Kurzes Webinar. 10 bis 11 Pro. Der Nasdaq-Band ist nicht mit bei. Macht das dann allein, der ist krank. Und jo, bis denn. Tschüss. Schüsst Ini. Schüsst. Vielen Dank.